Yo Leute, MG's wieder back mit einem neuen Video und einer neuen Kurzreview von Attack on Titan Final Season. Und noch was ab, jetzt werde ich normal mit Spoilern reden, deshalb, wenn ihr die Folge oder Attack on Titan allgemein noch nicht gesehen habt, seid ihr hiermit gewarnt worden. Und bevor wir starten, noch ein fettes Dankeschön an den Push von Lince Umiro Anime und natürlich auch an euch für euren kranken Support auf den letzten zwei Videos. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, um keine weiteren Anime-Videos mehr zu verpassen. Doch bevor wir weiter um den heißen Brei reden, starten wir mit dem Video. Also die Folge war genau das, was ich in der letzten Review vermutet habe, eine Laber-Folge. Aber diese Folge fokussiert sich hauptsächlich nur auf unseren Boy Rainer, der stark verletzt wurde. Und es ist jetzt überall bekannt, dass die Titanen immer nutzloser werden, genauso wie Sakura. Was auch interessant zu sehen ist, wie die Ellier die anderen Menschen als Dämonen betrachten und wir allgemein viele Parallelen zu den echten Menschen sehen. Es ist echt ein zweischnelliges Schwert, wie wir beide Seiten betrachten als Zuschauer und wir mit beiden auch mitfühlen. Auch ist interessant zu sehen, wie Rainer von allen Kindern behandelt wird, wie sie zu ihm aufsehen. Und hier kommt eine bestimmte Frage vom Falco, der in der letzten Folge eingeführt wurde. Kann man Rainer trauen? Und die ist verdammt gut, denn Rainer war der, der einer der größten Verrate aller Zeiten in Anime-Geschichte gemacht hat. Aber er wirkt selber verwirrt. Es ist so, wie er es selbst sagt in Staffel 2. Ich weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich weiß nur, dass mir aufgrund meiner Taten und Entscheidungen nur eines übrig bleibt. Ich muss als Krieger meine Pflicht bis zum bitteren Ende erfüllen. Aber das macht auch einen interessanten Punkt aus. Obwohl Rainer nur für eine Seite stehen und kämpfen sollte, konnte er mit den anderen sympathisieren, was ihn komplett auseinandergenommen hat. Bis es zum vollen Breakdown in Staffel 2 führte und er es bis heute noch hat, so viele Jahre später. Und selbst am Abendessen mit seiner Familie, wo er zu viel erzählt hat, merkt man, dass es immer noch eine tiefe Wunde in seiner Seele ist. Und auch merken wir als Zuschauer, dass die Elia Rache haben wollen, da sie zurückgelassen wurden. Und das ist auch menschlich. Allgemein ist Attack on Titan eine Story, dass es hier keine wirklich Guten und keine wirklich Bösen gibt. Denn es ist immer eine Seite der Perspektive. So, aber nach diesem deepen Talk kommen wir zur anderen Seite der Folge. Nämlich hat der liebe CK noch ein Jahr Amtszeit und er hat vor, wieder zurück zur Insel zu kommen. Mit einem Aufklärungstrupp, sag ich mal, um den Ur-Titan zu fangen. Weil das noch die einzige Hoffnung für die Elia ist. Und er hat das vor, alles in einem Jahr zu machen, was auf jeden Fall eine krasse Ansage von ihm ist. Und wir merkten sogar, wie Rain am Ende angespannt, ja sogar fast Angst hat, wieder zurück zur Insel zu gehen. Und das war im Großen und Ganzen die zweite Folge, grob zusammengefasst. Sie war, wie erwartet, sehr ruhig im Vergleich zur ersten. Aber sie tut uns auch was Großes vorbereiten, worauf wir alle hyped sein sollten. Ich gebe der Folge eine 8 von 10 und freue mich sehr auf die nächste. Und bevor ich mich verabschiede, schaut noch bei meinen Kollegen Aaron Bright vorbei, der auch ein Video zur zweiten Folge gemacht hat. Denn dafür, dass er so klein ist, ist seine Qualität viel zu gut. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr ihn supportet. So, das ist dann aber auch mit dem Video hier. Folgt mir gerne dann noch auf Twitter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer MG.